Weißt du, wie man Sumpfmeisen von der ähnlichen Weidenmeise unterscheidet? Neben diesem nützlichen Wissen habe ich auch mal wieder jede Menge unnützes Wissen über die schwarzkappigen Meisen dabei, es lohnt sich also bis zum Schluss dran zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video! Nicht ganz unnütz, aber hier ein paar Bestimmungstipps im Vergleich zur Weidenmeise. Die Kopfplatte der Sumpfmeise ist glänzend schwarz, die der Weidenmeise ist eher mattschwarz. Sumpfmeisen haben außerdem einfarbige Flügel, Weidenmeisen haben Armschwingen mit weißlichen, außenfahrenden Säumen. Sumpfmeisen haben außerdem einen scharf begrenzten, u-förmigen Kinnfleck. Die Wange der Sumpfmeise ist meldig-weiß, die der Weidenmeise eher gelblich-weiß. Außerdem sind die explodierenden Rufe natürlich ein eindeutiges Bestimmungsmerkmal. Auch der Gesang ist ein gutes Merkmal, wobei Sumpfmeisen da sehr variabel sind. Weidenmeisengesang ist eher flötend-melodisch, Sumpfmeisengesang hingegen ist eher schwieriger, pfeifend zu imitieren. Jetzt wird's aber wieder unnütz. Sumpfmeiseneier sind weißlich gefärbt und sowohl länger als auch breiter als die Eier der Weidenmeise. Obwohl Sumpfmeisen eher in niedrigeren Lagen zu finden sind, sind sie in selteren Fällen, im Herbst sogar mal oberhalb der Waldgrenze, zu beobachten. Dort schwarzkappige Meisen also lieber nicht direkt als Weidenmeise abstempeln. Wenn junge Sumpfmeisen das Nest verlassen, ist ihr Oberschnabel dunkelgrau bis schwärzlich, ihr Unterschnabel hellgelb. Sumpfmeisen ernähren sich im Sommerhalbjahr überwiegend von Insekten und Spinnen, im Winter überwiegend von Sämereien und Körnern. Wenn genügend Nahrung vorhanden ist, legen Sumpfmeisen kleine Vorratskammern an, in denen sie einzelne Körner und Samen in Spalten im Holz oder unter Moos verstecken. Im Winterhalbjahr sind Sumpfmeisen auch regelmäßig Besucher an Futterstellen in vielen Gärten. Um die süßen Vögel zu unterstützen, empfiehlt es sich, eine Fütterung im eigenen Garten oder auch auf dem eigenen Balkon anzulegen. Mein Partner Vivara, der Sponsor dieses Videos, bietet sowohl hochwertiges Vogelfutter als auch super Futtersäulen, Futterhalter und vieles mehr. Schaut gerne mal bei Vivara vorbei, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Durch die Vogelfütterung bei mir im Garten ist viel mehr los und ich kann wunderschöne Arten genauestens mal aus nächster Nähe betrachten. Außerdem bietet die Futterstelle auch immer eine schöne Fotogelegenheit. Verschiedene Sumpfmeisenunterarten sind auch in Ostasien heimisch. Eigentlich logisch, aber in vielen kleineren Höhlen ist die Gelegegröße der Sumpfmeise eher kleiner. In einem Untersuchungsgebiet in Baden-Württemberg wurden in kleineren Vollnisshöhlen eher 4 bis 7 Eier gefunden, in größeren Nistkästen wurden 6 bis 10 Eier gelegt. Bei der Nistplatzsuche sind Sumpfmeisen in der 2. Märzhälfte und im 1. April-Drittel dabei zu beobachten, wie sie in den Morgenstunden langsam durch das Revier streifen und jeden Baum von oben bis unten inspizieren. Sie sind dabei auf der Suche nach Bruthöhlen und betrachten alle Öffnungen wie Astlöcher ganz genau. Sind die Öffnungen nicht groß genug, die Höhle scheint aber geeignet, dann versucht die Sumpfmeise in der Regel die Öffnungen größer zu hacken. Erstes Interesse für Höhlen ist allerdings schon im Spätherbst zu beobachten. Der ambitionierte Vogelbeobachter hat vielleicht schon bemerkt, dass Sumpfmeisen verschiedene Gesangstypen haben. Während man im Feld vor allem eine einsilbige und zweisilbige Wiederholung hört, haben Sonogrammanalysen über 30 verschiedene Gesangstypen festgestellt. Übrigens singen bei den Sumpfmeisen auch die Weibchen. Der Gesang der Weibchen ist allerdings deutlich zurückhaltender und weniger komplex aufgebaut. Sumpfmeisen sind vor allem in strukturreichen Laub- und Mischwäldern mit ausreichend Naturhöhlen zu beobachten. Im geschlossenem, dunklen Nadelwald sind sie nicht zu finden. Das liegt zum einen an der Höhe, zum anderen aber vor allem am mangelnden Höhlenangebot. Adulte Sumpfmeisen sind äußerst faul, was die Entdeckung ihrer Umgebung anbelangt. Während die Jungvögel in den ersten Wochen noch einige Kilometer zurücklegen können, sind die adulten Sumpfmeisen meist im immerselben Areal unterwegs. In Schottland wurde die Sumpfmeise erstmals 1921 beobachtet. Der erste Brutnachweis aus dem nördlichen europäischen Land stammt aus dem Jahr 1945. Vermutlich sind Sumpfmeisenweibchen in der Lage, ihren Partner anhand des Gesangs zu erkennen. Sumpfmeisen brüten in der Regel nur einmal pro Jahr und beginnen einige Tage früher als zum Beispiel Blau- oder Kohlmeisen damit. Der frühe Legebeginn ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Jungen dann mehr Zeit haben, ihr eigenes Revier besser kennenzulernen, da sie ja als Standvögel nicht wegziehen. Manchmal kommt es vor, dass Sumpfmeisenjungvögel von drei verschiedenen Altvögeln gefüttert werden. Das ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass zwei Weibchen ihre Brut zusammengelegt haben. Polygamie ist bei Sumpfmeisen allerdings eine große Ausnahme. Nistkästen werden zur Brut immer wieder angenommen, Sumpfmeisen bevorzugen allerdings, wenn es geht, Naturhöhlen. Außerdem sind Sumpfmeisen häufiger ihren Partnern treu und brüten auch in aufeinanderfolgenden Jahren wieder gemeinsam. Der Grund dafür ist vermutlich eine extreme Standorttreue und damit auch die mangelnde Auswahl von anderen Partnern. Wenn du noch mehr unnützes Wissen über Vögel erfahren möchtest, dann schau dir doch mal dieses Video hier an. Ich danke dir fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.